Hallo und herzlich willkommen liebe Zockerfreunde zu einer weiteren Folge mit unserem FC Barcelona Wir haben eine neue Woche im August und ich nehme jetzt hier gerade am Montag auf und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch vor dem Wochenende total K.O. Also ich hoffe ihr nehmt es mir nicht übel, wenn heute nicht so viel passiert. Ich werde natürlich trotzdem mal ein Bestes versuchen und es ist sogar meine erste Aufnahme jetzt. Meine erste Aufnahme jetzt mit Windows 10 und komischerweise habe ich jetzt nicht das Problem gehabt, dass Sony Vegas 13 die Formate von Action halt nicht erkennt. Sonst habe ich nämlich immer das Problem gehabt, dass dieses Plugin halt für die Erkennung der jeweiligen Codex und so halt immer gesponnen hat. Da musste ich mir nämlich extra DLL immer runterladen und die dann da einfügen. Aber jetzt musste ich das komischerweise nicht tun. Wieso auch immer. Wir gehen mal gleich mal auf ein bisschen Ballbesitz. Und äh, keine Ahnung, ich hoffe mal es wird trotzdem gut alles funktionieren. Bei der ersten Testaufnahme hat das hier alles ganz gut hingehauen. Und äh, ja. Es war eigentlich ganz geil gemacht eben gerade von Alan, aber... Und er geht da einfach mal durch. Äh, was wollte ich sagen? Ähm, ja. Windows 10, ähm, jeder kann es kostenlos upgraden von Windows 7 und Windows 8 oder Windows 8.1. Kann man es kostenlos upgraden. Noch, äh, maximal ein Jahr. Shit, habe ich mir den doch ein bisschen zu weit vorgelegt. Verdammt. Obwohl unser Tufu richtig sauschnell ist. Ähm, ja. Was habe ich noch gemacht? Ich habe zum Beispiel noch geguckt hier. Uh, den hat Dennis aber gut gesehen. Und dann kommt Tufu nicht schnell genug an den Ball. Ähm, ich muss mich noch echt mal konzentrieren jetzt. Also, Windows 10, wie gesagt, wenn das einer noch nicht weiß, ist, äh... Ist updatebar. So, mein erster Eindruck, alles supi. Also, wer eigentlich mit Windows 8 oder Windows 8.1 zufrieden sein, zufrieden war, wird es auch dann, äh, mit Windows 10 sein. Nein, da hat er den doch noch gepasst. Äh, was kann man sonst noch sagen? Ähm, ja, Cortana ist ziemlich lustig. Ähm, das eine oder andere auch mal ganz hilfreich oder so. Aber bis jetzt kann ich immer noch sagen, äh, immer noch super. Ich habe noch nichts Negatives festgestellt. Ja, vielleicht eins. Eins ist mir schon noch ein bisschen aufgefallen jetzt. Und das ist zum Beispiel, dass man jetzt unten in der, ähm, man konnte sich ja bei der Uhr mal anzeigen lassen, ähm, ob... Oh, 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 da ging ja gerade einer ab. Ähm, ja, ob die Symbole oder die Apps zum Beispiel oder die Programme halt dauerhaft angezeigt werden sollen oder zum Beispiel nur, wenn irgendwas passiert. Oder ganz ausgeschaltet werden. Jetzt hat man wirklich nur noch ganz umständlich, äh, muss man da auch hinkommen. Das finde ich auch noch ein bisschen negativ. Jetzt kann man sie halt alle nur noch ein- und ausschalten. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, es zeigt mir nur, wenn irgendwas mit dem Programm passiert oder sonstiges. Jetzt kann man es halt nur noch ein- und ausschalten. Ja, spieltechnisch kann ich da jetzt keinen großen Unterschied zwischen Windows 8 und Windows 10 entdecken, auch wenn man ja jetzt DirectX 12 drauf hat, aber das ist ja auch immer wieder so ein Ding, man braucht dann natürlich auch die Spiele und man braucht auch eine Grafikkarte, die das dann halt wieder unterstützt. Vorher wird man da halt auch nichts anderes feststellen. So, das war jetzt mal ein gefährlicher Pass. Sollte man nicht immer versuchen, durch die Mitte hindurch. Das hat irgendwie keinen Sinn. Oh, Dennis! Boah, hat der Pass nicht geklappt? Ja, hat er... ne, konnte er nicht mehr retten. So, Flanke! Und er geht rein. Wir haben es tatsächlich hingekriegt. Erst dachte ich vielleicht abseits, aber nein. 0 zu 1, Tor. Hat man noch gar nicht so richtig realisiert. Ich dachte eben noch so, okay, der Torwart, er will ihn kriegen. Aber nein. Das war mal ein ganz unglückliches Ding, ne? Ganz unglücklich. Der Torwart sah da wirklich nicht sehr gut aus. Hier können wir uns das nochmal anschauen. Erst geht er und dann geht er schon richtig zum Ball. Und dann waren wir, glaube ich, eine Millisekunde... Ja, wir waren einfach zwischen den Händen und haben uns per Kopfball uns einfach durchgedreht. Das ist mal was, uns das auch noch in FIFA 16 gelingen wird. Wir sind gespannt. Ah, da haben wir uns ein bisschen verhackelt. Oh, da gibt es jetzt doch noch den Freistoß. Ja, Tofu hat schon, wie gesagt, habt ihr gerade gesehen, in zwölf Einsätzen neun Tore gemacht. Das ist unser bester Mann. Wir haben uns zwar noch zwei Stürmer geholt, aber das war so sinnvoll wie das Armen in der Kirche. Ach komm. Dann wäre nichts dafür, wenn er sich da einfach in unserem Lauf mit reinlegen tut. So Costa Cordales mäßig. Ich habe manchmal so das Gefühl, dieser Girard ist dieser Girard von der englischen Premier League. Der ist auch so ein Tier. Im Zweikampf übelst stark. Ach, der war doch jetzt nicht im Abseits gewesen. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt, wie unser Ballgesitz ist. Wie wird unser Ballgesitz sein? So, Moa irgendwie ganz hinten. Agri Melle, unser Linksverteidiger. Super gemacht. Jetzt gibt er mal den Ball her. Ja, und dann ist es auch schon Halbzeit. Und jetzt schauen wir mal, wie unser Ballbesitz ist. Wir haben uns ja mal auf Ballbesitz ausgelegt. Und... Uh, stand das nochmal? Uh, stand das denn nochmal? Schussgenauigkeit, Passgenauigkeit, Ballbesitz. Da. Das ist doch auch schon wieder so total komisch, oder? Da hat der Gegner wieder 51% und wir 49%. Wieso? Also ich hatte gefühlt, dass wir definitiv einfach den Ball länger gehalten haben. Oh. 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 Dennis. Ui. Der Pass kam ein bisschen Schietenkacke. Ah, ist abgeprallt. So. Jetzt den schnellen Spielaufbau unterbrechen. Ah, Moa konnte dann nicht so schnell den Ball kontrollieren. Ah. Da blieb uns nichts anderes. Also ich hätte ja natürlich auch einfach draufdonnern können. Aber das wäre ja total der Böze gewesen. So. Jetzt machen wir mal hier ein bisschen Flügel. Wechsel. Mal. 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 Wäre dann noch was passiert, aber diesmal, diesmal hat der Torwart ihn sicher. Jetzt geht der Gegner schon aggressiver in die Zweikämpfe. Es gibt schon den ersten Wechsel auf der Heimmannschaft, auf der Seite der Heimmannschaft. So wird wohl Platz drauf. Ich sehe jetzt noch keinen Grund, dass der Spieler eben nicht zum Ball gegangen ist. Jetzt sieht er her. Angriff hier, schnell und erbinden. Dennis, wow, das war aber mal so aus einer ganz schnellen Drehung war das schon nicht schlecht. Ja, hier sehen wir es nochmal. Ich glaube sogar, der war ganz knapp. Der war glaube ich ganz, ganz knapp. Der Kopfball war auch mehr. Ja, sehr schön. Jetzt gehen wir das Ding da wieder an Tofu. Der kann sich den noch ein bisschen weiter vorlegen. Oh, ich hätte meinen Beiner noch von der Speedtaste runternehmen lassen sollen, dann hätten wir uns vielleicht noch den Elfmeter da holen können. Ja, aber ich dachte mir, wir sehen einfach mal zu, dass wir da reinkommen. So, Ecke. Nee. Den haben wir da so aus der Drehung irgendwie aufgesetzt bekommen. So, ich würde aber auch sagen, wir wechseln jetzt mal ein bisschen was aus. Den Stumper möchte ich mir ganz gerne noch ein bisschen holen. Ich möchte mir auch Bischo noch ein bisschen weiter fördern und Sandro. Wir machen jetzt hier gleich mal in den letzten Minuten einen Dreierwechsel. Sind ja auch nur noch eine Viertelstunde. Ja, Viertelstunde. Ist nur noch zu spielen. Boah. Haben wir ein bisschen zu lange gewartet. Ein bisschen zu lange gewartet. Wir hätten auch noch den Pass in die Mitte geben können. Aber ihr wisst ja immer, wie das ist. So eine Schnelligkeit. So viel Orange. So viel Orange. So viel Orange. Ja, Ljulevic geht noch mal dazwischen. So. Jetzt kann er sich... Nein, nein, wieso laufe ich denn an ihm vorbei? Schuss drauf, Mensches Kind. Jetzt habe ich mir einfach mal gedacht, scheiß der Hund drauf, jetzt schieße ich einfach nochmal drauf. Eigentlich kann Tofu das auch richtig gut und der war schon sehr geil gewesen. Er war schon sehr geil gewesen. Und ja, leider bleibt es wohl, wenn jetzt in den letzten Minuten hier nicht noch irgendwie großartig was passiert. Bleibt es hier. Den hätten wir noch ein bisschen härter bringen müssen. Den hätten wir noch ein bisschen härter bringen müssen. Dann wäre der da zu Adama noch hingekommen und der hätte ihn ganz elegant einlupfen können. Oh, jetzt kommen wir jetzt hier noch. Ah, da war der Abseits. Oh mein Gott, shit. Shit, sah ich da. Das ist ja richtiger shit. Letzte Möglichkeit hier noch. Alter, das gibt's doch nicht. Wieso konnte ich den eben nicht auswählen? Wow. Es ist irgendwie, es ist noch nicht so gut ausgeprägt bei uns. Diese, diese, aus dem Halbfeld auf das Tor zu schießen und es dann auch zu schaffen, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt und nur durch, ich denke mal, nur durch solche Aktionen kannst du dann auch was reißen. Ja, und das war's dann auch. Wir gewinnen. Oh, so, nun bleib doch mal stehen, nun bleib doch mal stehen. So, wir gewinnen das Ding hier 0 zu 1. Es war ein gutes Spiel gewesen und wir haben wieder gute Spiele, gute Züge gemacht nach vorne. War auf jeden Fall wieder ein interessantes Spiel. Ich muss auch mal sagen, die Leistung der einzelnen Jungs war auch wieder super. Der Torwart, ja, von denen war wirklich richtig gut. 9,8 hat der als Spielebewertung bekommen und so. Auf jeden Fall top. So bei uns, auf unserer Seite. Wir gucken mal das in der Komplettansicht. Ja, da war Tofu natürlich mit 8,2. Unser bester Mann, der beste Mann auf dem Feld war heute aber gewesen. Der Torwart der gegnerischen Mannschaft. Guckt euch das mal wieder an, wie die komplett zurückgezogen gespielt haben. Trotzdem haben wir es dann doch noch hingekriegt. Ich finde, wir haben ganz gut gespielt zu RS mit 7,0. Girard mit 7,2. Hat mir sehr gut gefallen. Halilubic auch auf jeden Fall. Die Zweikämpfe waren sehr gut gewesen. Können wir nochmal gucken. Gewonnene Zweikämpfe. 3 von 7 und so. Ja, das ist denn schon mal nicht schlecht. Ja, und ansonsten Tore. Ja, da gab es ja nur das eine. Was können wir sonst noch? Hier Paraden, eine. Können wir nicht viel sehen. Aber falls euch dieses Spiel denn auch wieder gefallen hat, dann macht doch einen Daumen nach oben und lasst einen Kommentar da. Und ja, wir wissen immer noch nicht, wollen wir, wollen wir, wollen wir, wollen wir, wollen wir überhaupt in diesem einen Jahr uns für irgendeine Nationalmannschaft entscheiden? Ich glaube, dass es eigentlich blödsinnig ist. Es ist blödsinnig. Wir wollen ja, unser Saisonziel diesmal ist nur den Aufstieg und bis zum September ist es ja nun auch nicht mehr so lange her. Es sind anderthalb Monate, ja, und ich denke, da werden wir schon dies hier noch kriegen. Da müssen wir uns noch überlegen, welche Mannschaft holen wir uns dann vielleicht noch oder warten wir dann ab, bis wir wieder mit Hamburg und FIFA 16 spielen wollen. Freut ihr euch schon auf FIFA 16? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich bin raus und wünsche euch jetzt noch einen guten Start in die Woche. Bis dahin und halt rein. Bis dahin. Bis dahin.